Ich habe schon ein paar Mal anklingen lassen, dass ich einen speziellen Kompass entwickelt habe. Einen Kompass to evolve love and to evolve, um sich zu entwickeln. Ein Kompass für Kommunikation. Und zwar das Unikat, das in Kommunikation drinnen ist, du weißt, ich liebe Wortspiele. Und der ein Übersetzungstool ist innerhalb einer Sprache und zwischen Kulturen. Und es gibt wieder einen Kompass Practitioner und Master. Und das ist immer eine wunderbare Zeit. Wunderbar. Bei mir im Ideen-Institut in Österreich, nahe Salzburg, nahe eine halbe Stunde entfernt. Und es ist ein Tool. Es ist mehr als ein Tool. Es ist wirklich, ich habe es gemacht dazu, um die Liebe weiterzumachen. Zu unterschiedlichen Kommunikationskursen, zu unterschiedlichen Wertekursen. Um zu erkennen, dass es diese Buntheit einfach braucht. Ja, wie so hinten die Cosmic Lights, die Farben wechseln. So ist es da auch, dass du übersetzen lernst zwischen den bunten Farben. Und dass du die Buntheit genießen lernst. Dass du auch Sachen, die du früher total persönlich genommen hast, weißt, hm, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Dass du dann bemerkst, was ist dein Kurs. Dass du klarer navigieren kannst. Dass du auch bei schwierigen Zeiten mal gegen den Wind aufkreizen kannst. Und vieles, vieles mehr. Meld dich einfach bei Fragen. Alles Liebe and Evolve Love. Alles Liebe und Evolve.